hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge battleplay heute wieder mit der casey natürlich ja und mit dem epic und ja so ja wir sind bei der letzten folge scheiße wir haben uns hier können wir uns da oben stecken und nun ja warte da unten da unten ich glaube das geht sich doch noch aus vielleicht ja müssen wir einfach gucken kassie du machst einfach nichts okay du hängst doch im blog da unten drin das ist naja ist egal was soll ich jetzt machen also ich mal hauen ganz nach hinten hier in die ecke ja mach ich ich sneaker versuche ich da oder nicht 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 einfach mal was geschafft das auf dass im lava ja ja das ist dort so ja jetzt keine ahnung red so brauche nicht oder xp doch aber die redstone brauchen meine gerne reise nicht was für ein level bist du pass auf das lava was für ein level sind wir hier ich bin vier okay wir können höher ich würde sagen 11 lava was denn ja bau mal hoch redstone ab macht ja da ist doch nicht wegschmeißen den brauchen wir noch ich komme kurz wir sind level 11 ich bin level 5 wir können würde ich mal sagen losgraben wo willst du hin kommen ja warte geht doch noch was hier nicht du musst doch nicht nicken wenn du aufpasst so wo willst du hin dorthin komm her okay wir sind jetzt auf höhe 11 das ist diamantenhöhe ich würde mich jetzt hier erstmal hier okay dann gerade hier noch eine höhe da hinten ist nicht noch ein teil der höhle da will ich mich jetzt mal glaube ich jetzt hier rum ja mach das ich von rechts und links diamanten ja ja oh mein gott bitte mehr als einer wie viel wie viel das ist so viel wir haben sechs diamanten in der zweiten folge ähm was machen wir damit ich will ach so hier dingsbums ähm spitzsack auf jeden fall für obsidian also das heißt wir müssen jetzt wasser haben weil wir der enchantment table brauchen wir brauchen viel mehr viel mehr brauchen wir für den enchantment table oh alter diamanten boah geil in der zweiten folge ja oh mein gott hilfe mal bitte ich habe keine spitzsack obwohl ich habe die holz spitzsack genau wir haben auf jeden fall so glück dass wir diese höhle gefunden haben da wieder reingegangen sind in dieser höhle das war eine gute entscheidung auf jeden fall oh lapis lapis mitnehmen verzaubern geil ich will auch wxp kann ich kann ich abbauen ich muss jetzt hast du eisen für mich ja ich glaube gleich hier ist wasser einmal geil soll ich einen eimer machen oder machst du machst und ich mache dann habe ich kein eisen mehr wenn ich das jetzt mache ich mir mal nein dann gibt mir erst mal drei stemme den ofen auf ja mache ich jetzt bitte so ich habe hier eisen so dann möchte ich bitte ich möchte zwei eisen bitte sie sind auf den server gekommen ich bin auch scheiße warum tue ich das das wird nicht im chat angezeigt nein da hast du nicht doch nein 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 mit dir verliere ich ich höre ein skelett wir müssen das skelett töten wir brauchen bonnie ich habe noch drei hunger balken ja dann hier hatte zu essen macht das komme ja komme ja komme ja wo ist jetzt noch eisen schon ein bisschen aufgeregt ja hier brett was zu essen kann man ja hier hat ich brauche noch eisen ab wichtig wichtig so ich habe ich will auch sagen ich weiß nicht gut ja stimmt ich habe ja auch noch so wünschen okay wie geht es weiter das machst du eine dia spitzacke für obsidian bitte und ein eimer auf jeden fall noch mal trotzdem wenn es geht zwei ne warte mal drei eimer also wir brauchen nicht vier eimer vier eimer jeweils jeweils lava und wasser vier eimer bitte wenn es geht ja einmal jemand von euch op hä wieso nein ach wegen regen oder also wenn kein ok ich glaube wir sind einigermaßen gut hier wir sind ja sehr gut würde ich sagen so einen eimer habe ich schon du machst jetzt mal keinen eimer sonst ok und soll ich mal weiter gucken was da noch ist oder nee wir müssen eigentlich weiterziehen weil lass uns mal weiter ziehen hier mit den sachen könnte ich ja immer warte doch warte doch warte doch wir müssen zuerst vier eimer machen ist nicht trotzdem ich habe da irgendwie angst vor wovor dass irgendjemand kommt das bezweifle ich außer jemand sieht unseren namen baut sich herunter er ist auch ganz schön weiter weg deswegen können wir uns schon wieder weiter weg bauen ich will einmal hast du gesagt und vier vier für jeden zwei dass das jeweils lava und wasser das heißt wenn ich eine angreift kannst du den lava einmal pläsen ich bin nicht so gut den wagen wasser setzen ich auch nicht aber das wasser war bestimmt lebensnotwendig gerade ich brauche noch wasser weiter so was sowas gut hier ja danke schön ich hab sie schon gegeben ich hab sie schon mal lava so und nicht in der in äh lol ich dachte schon das ja verarscht hast du die lava geholt lava ja im eimer und nicht unten in der mental leiste lassen ne ja das wurde jetzt also automatisch drauf geswitcht so den mitnehmen so die aufspitzecke was brauchen wir für nen enchantment table äh wir brauchen ein buch scheiße scheiße zuckerrohr alter fuck ich dachte schon irgendwas passiert dir guck mal ist eisen hab ich schon leider ist immer noch eisen ja dann chill dein lebe ja chill und dann gehen wir hier hoch würd ich sagen weil die das haben wir ja schon wir brauchen eigentlich jetzt wieder müssen wir wieder nach oben da ist noch was hier ist eisen das ist viel größer ich höre ins gelett komm hier her komm da wo ich bin nein lass doch nicht das eisen hier alter oh scheiße oh hast du mich erschrocken oh fuck warte du kannst auch blocken ne nicht vergessen ja ja ähm wohin diese wir müssen die wir müssen fackeln mitnehmen alter jetzt wissen die wo wir sind wo bist du jetzt so ich mach noch mehr bill ich bin da bill ja klar ich sehe es da bist du wie ist das hier so hell wegen lava da würde ich nicht lang da gehst du nicht lang bitte dankeschön äh sollen wir jetzt raus oder was sollen wir raus wir brauchen zucker sonst brauchst du mit den dias gar nichts machen ja oder lass uns erst eine eisenrüstung machen ja unbedingt wir haben na komm hier weg 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 wir können auch äh für dingsbums ähm hier den lava einmal nehmen hey nicht 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 und was was warten wir du hast das eisen oder ne ne ach ja ich hab das eisen auch so ähm 49 eisen wie nice ich hole mal noch den die lava hier so das ist für mich ich brauch noch den eimer wieder richtig lange ja ich weiß gar nicht wie lange der hält okay wir nicht nein doch in 5 minuten werden wir gekickt nein doch in 5 minuten es steht aber nicht drinnen also bei mir schon bei mir nicht ja dann ist das blöd ich guck mal ach so ich muss wieder also ich konnte mein menü nicht mehr raus da also bei mir steht nichts wir sind auf jeden Fall richtig gut dran würde ich mal sagen so so wie viel eisen hast du schon 6 dann mach dir mal einen hellen äh oder ja ja aber ich will auch ich hab nur 2 eisen aber ich hab nur 1 eisen warte ich geb's dir mal ja ach wir sind wir sind gut drauf wir sind gut 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 ja komm wie brauch ich denn nochmal 7 ne ja was ich glaub ich brauch 7 oder was ne 7 ja 2 noch wie viel hast du wir brauchen Zuckerrohr sonst bauen die alles ab äh jetzt hab ich 6 also 1 noch lass mich das mal rausnehmen ok und dann kannst du deine Rüstung wieder machen jup so dann mach ich mir auch erstmal ja klar mach ein Kessel oder so Kessel genauer äh ja ich weiß nicht wir brauchen Zuckerrohr sonst bauen die es alle ab und wir haben eine Arschkarte gezogen dann bau dich mal hoch ja aber hier bau dich hoch genau da wo wir grad sind genau ok hier ne so vielleicht finden wir noch irgendwas schönes Bogen müssen wir dann noch machen hast du Spinnwee äh Spinnendingsbums? ne da braucht man Seile zu ne ja deswegen frag ich ob du äh Dings hast ich hab keine Seile mehr oh god wir sind so wieso wieso was suchst du ich weiß auch nicht mach mal mach mir mal einen Helm und so dann auch ja wenn genug da ist so ähm wir sind schon gut dran nehm ich erstmal 8 für ne Brustplate so ne Brustplate welchen Level hast du schon? oh Level 10 äh ich mein jetzt äh wegen Kohle und so ne? ja ja gut wir werden auch okay wir sind gleich alleine nein zwei Minuten werden wir sicher gekickt haben bei mir steht gar nichts nein wir sind ja ja so ungefähr ja da steht nur 5 Minuten ähm jetzt sind nur noch die oh god da sind ja noch mehr drauf ja ja sie mir die und das ist das mit dem Samkot werden muss man mal sehen ob ich irgendetwas sehe hier ich sehe soweit nichts glaube ich ich hab Angst ey ich hab irgendwie Angst wenn ich rauskomme bin ich tot nein nein bist du noch da so anwesend? ja 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 mach grad zur Rüstung und so okay darf man eigentlich den Mod Optifine haben? ja hab ich nicht muss ich mir dann sonst verlieren nein hallo ich müsste doch bald mal rauskommen ey ich glaub wir sind auf dem Berg rausgekommen ähm Kassi wir waren auch für 24 das dauert es noch halt ich bin irgendwas wie bei 52 oder so achso ich hab Eisen gefunden oh ich höre ich höre einen Chicken essen oh nice oh nein wir werden gekickt hallo scheiße okay warte warte ich hole die ich hole eben schnelles Eisen und komm runter schnell aber schnell ja aber zubauen würde ich uns jetzt nicht ne lauf 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 das geht sich aus Kassi das geht sich aus locker so ich muss erstmal essen einbauen? ne 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 nicht einbauen wieso nicht? das war das ich boh mich ein tschüss oh scheiße ne ich würd sagen es war's mit der Folge genau tschüss Leute tschau